Christoph Willibald Gluck an Friedrich Gottlieb Klopstock Ich hoffe, Sie werden von dem Herrn Grafen von Kobenzel die verlangten Arien richtig erhalten haben. Ich habe selbige durch diese Gelegenheit wegen Ersparung der Postspesen Ihnen geschickt. Die Anmerkungen habe ich müssen weglassen, weil ich nicht wusste, mich auszudrücken, wie ich es verlangte. Ich glaube, es würde Ihnen ebenso schwer vorkommen, wenn Sie sollten jemanden durch Briefe belehren, wie und mit was vor einem Ausdruck er Ihren Messias zu deklamieren hätte. Alles dieses besteht in der Empfindung und kann nicht wohl expliziert werden, wie Sie besser wissen als ich. Ich ermangle zwar nicht zu pflanzen, aber handeln habe ich bis dato nicht können, denn kaum war ich in Wien angekommen, so verreiste der Kaiser und ist noch nicht zurückgekommen. Überdies muss man auch noch die gute Viertelstunde beobachten, um etwas effektuieren zu können. Bei großen Höfen findet man selten Gelegenheit, etwas Gutes anzubringen. Indessen höre ich dann noch, dass man will eine Akademia der schönen Wissenschaften all hier errichten und dass der Eintrag von denen Zeitungen und Kalendern soll eine Portion des Fondi ausmachen, um die Kosten zu bestreiten. Wenn ich werde besser von der Sache unterrichtet sein, werde ich nicht ermangeln, Ihnen alles zu berichten. Indessen haben Sie mich ein wenig lieb, bis ich wiederum so glücklich bin, Sie zu sehen. Mein Weib und Tochter machen Ihnen ihre Komplimenten und freuen sich sehr, von Ihnen etwas zu hören und ich verbleibe der Ruinen ergebenster Glück.